Hi Leute, herzlich willkommen mit meinem Quick-Tipp und in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr Instagram so einstellen könnt, dass ihr nicht auf eurem privaten Profil postet, sondern dass ihr damit auf einer Fanseite von euch oder von euch verwalteten Seite posten könnt. Zunächst einmal geht ihr in eure Instagram App und normalerweise landet ihr in eurem Newsfeed. Da müsst ihr erstmal hier auf euer eigenes Konto klicken und dann gibt es hier oben so ein kleines Zahnrädchen und da klickt ihr mal drauf und da gibt es so ein paar Einstellungen, die man vornehmen kann. Unter anderem verknüpfte Konten, da geht ihr drauf und dann seht ihr, dass ihr verschiedene Konten mit dem Instagram Account verknüpfen könnt. Ihr geht jetzt auf euer Facebook Account und standardmäßig steht da in der Chronik Teilen. Ihr könnt jetzt aber da reingehen und dann seht ihr alle von euch verwalteten Seiten und da könnt ihr dann eure Fanpage aussuchen und dann werden zukünftig eure Instagram Beiträge auf eurer Fanpage gepostet. So, das war der heutige Quick-Tipp. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da oder abonniert den Kanal. Da würde ich mich drüber freuen. Und falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen oder sonst irgendwas, einfach unten in die Kommentare posten und dann werde ich zusehen, dass ich die mal in den nächsten Quick-Tipps behandle. Dankeschön.